Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei KornX Salz und ich habe verdorbenes Fleisch gekriegt in dem Moment. Und unser Neuankümmling bringt uns Besuch mit. Ja geil. Alfarius ist in der Hood. Yay. Ja komm her. Alfarius muss ihn töten, dann gehört er zu unserem Clan. Das ist die Clanaufgabe. Komm her. So Alfarius, du gehörst zu unserem Clan. Looten darfst du ihn selber, dann... Nein, meine Stahl... Wenn du bereit bist, dann knie vor mir nieder. Wie auch immer das geht. Ah, jawohl, stimmt. Siehst du, warte. Ja, du musst mir nicht unter den Rock gucken. Du musst mir jetzt nicht unter den Rock gucken. Warte, warte. Warte, ich muss dich jetzt zum Clan einladen. So. Neh, meine Einladung an, Bursche. So, aber ich habe irgendwas rausbekommen, warum ich keine Rüstung anziehen konnte. Passt auf, ihr habt doch diesen Bug. Wenn ich einmal auf Herstein klicke, ein einziges Mal, kommen fünf raus. Vier davon kann man aber nicht benutzen. Deswegen muss ich jetzt immer... Ich kann dir gerade nicht zuhören. Ich sehe Möpse. Und ein blutverschmiertes Gesicht. Moment, ich muss mal die Möpse von Alpharius angucken. Ja, die sehen ja... Die sehen ja noch normal. Ne, du hast ja auch so dicke Ömm. Der ist auch ein Kerl. Zeig mal. Zeig mal du hier. Stellt euch mal bitte nebeneinander. Ich glaube, ihr habt den gleichen Doktor. Ja, ja. Ihr habt den gleichen Doktor. Ich hab die Nummer da nicht. Nee, 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 lass mal. Ihr Möpse, guck mal. Aber ich bin kleiner. Ja. Ja, nee. Nee, Azaris ist unsere Mopskönigin. So, was geht das? Darf ich mir hier einen Brustpanzer rausnehmen? Der ist kaputt. Den kannst du nicht benutzen. Du kannst ihn nicht anziehen, weil er offiziell gar nicht da ist. Na, vielleicht kann das ja doch. Vielleicht geht's ja. Azaris, möchtest du jetzt hier oben ein Loft haben oder möchtest du hier noch Wände haben? Nein, lass auf. Das sieht voll cool aus. Okay. So. Deswegen muss ich auch gerade fünffach so viele Ressourcen sammeln. Das ist voll nervt, weil ich muss ja für alle noch Sachen herstellen. Du brauchst ja komplett noch Panzerung. Azaris, dein Haus ist finished. Kate, was fehlt dir noch von der Panzerung? Schuhe? Ich hätte gerne Schuhe, High Heels in Größe 40, 41 und schöne Strumpfhosen am Handschuh. Ja, ich muss noch ganz viele Sachen sammeln. Wie gesagt, ich muss jetzt fünffach so viele. Muss ich dann eigentlich dafür den Pirk dann auch freischalten, damit ich das dann landen kann? Damit ich das anziehen kann? Anziehen kannst du es immer, hat sie auch nicht. Aber das sind die offiziellen, ich sage, das ist nämlich ein Bug. Ich lege auf ein Herstellen, eins und dann stellt mir fünf hervor, von vier nicht gehen. Die zählen auch nicht. Das kann man nicht so herstellen. Aber du kannst mir Ressourcen sammeln, also Tierhaut und Zwirn. Wenn du mir eine Waffe gibst, dann könnte ich das, Waffe und Schild bräuchte ich und dann kann ich das machen. Am besten der verstärkte Schild. Obwohl eine Waffe könnte ich mir sogar selber herstellen. Dann töte ich hier die ganze Zeit hier solche Viecher. Und ihr könnt ja dabei noch irgendwelche Sachen suchen, das wäre noch das Problem. Ich töte die auch gerade die ganze Zeit, du wüsstest nicht. Und ich brauche noch ganz viel Zwirn. Fort Water, Aufwertungsvoltaar. Was gibt's denn hier? Oh! Leibeigenen Fänger. Da ist ein Seil, ein Knüppel und ein Leather Wheel of Pain. Ach, ich wollte mich ja leveln. Ich bin ein Level aufgestiegen, wohl, hab extra auf die Aufnahme gewartet. So, hier, schaut mal. Handwerksgeselle. Aufsteigen. Oh, ich brauche was zu trinken. Wollen wir uns Sklaven holen oder lassen wir das mal noch ein bisschen? Oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, egal. Aber ich glaube, die sind böse. Wenn die uns irgendwie helfen könnten, dann wäre das doch einfach nur von Futter her, entweder sie sammeln. Ja gut, dann mache ich das mal hier. Dann bin ich jetzt hier gleich mal Sklaventreiber. Dann stellen wir das jetzt mal her. Und ich habe hier gesehen, ich kann Betten herstellen. Ich stelle jetzt mal Betten her. Oh Gott, 20 Tierhaut. Da geht was. 20 Tierhaut, Leute. Und was brauche ich jetzt hier für meinen... Ah, dann stellen wir mal ein Seil her. Oh, ich kann Ofen machen und sowas voll. Und Blackman Bench. Geil. Oh Gott, ich brauche Leder. Gerade brauchst du süffeln. Was für Futtern. Ist noch ein Fleisch fertig, bestimmt. Leder. Okay, hat der Fischbruch. Oh Gott, ich brauche Leder. Ja, ich brauche erstmal Tierhaut. Ob es dir bei Praktika gibt. 20% reduziert. Stimmt. Hallo, ich muss dich angreifen. Ich brauche Leder. Leder. Ja, ja, werde ich doch nicht. Das tut doch nur umso mehr weh. Das tut doch nur umso mehr weh. Oh, diese Rüstung sieht so geil aus. Oh, die sieht so toll aus. Zack, zack. So happy. Ja, sieht echt gut aus. Ich stelle mir aber immer noch Tierhaut auch her. Ja. Hallo? Ich brauche... Was brauche ich denn? Ich brauche Tierhaut. Ich habe erst acht. Hilfe. Hilfe. Was denn? Was denn? Was ist da? Was denn? Was hält ihr? Was hält ihr? Was hält ihr? Geht's raus. Geht's raus. Töte sie. Töte sie. Das kann ich denn ernst sein, oder? Alter, weg mit der. Mann, wo kommt die denn her? Alter. Und so bringt ihr erfolgreich eure eigenen Clan mit dem Glieder. Hä, das war doch gar nicht unser Clan. Die gehört nicht so zum Clan. Ich habe gerade eben... Ich bin gerade mal rumgerannt, ne? Ja. Wollte eigentlich Sachen sammeln. Und dann waren die auf einmal hinter mir. Ja, und jetzt hast du gedacht, nimmst du sie mal mit, oder? Also ja. Und da bist du so, jetzt kommt ein Krokodil oder so. Ist alles okay? Und dann kommt er mit drei so Leuten. Oh, da gibt es ja noch ein paar. Ja, die suche ich jetzt gerade, weil die müssen wir ja abmurkseln, weil... Wollen die verraten, wo wir sind? Ob das geht, weiß ich nicht. Aber ich möchte zum Schluss... Alter, ich verstehe nicht, warum das bei dir so lange dauert, bis ich immer irgendwas herstellen kann. Ich brauche jetzt, ich räume mir gefühlt drei Stunden. Alter, ich verstehe das nicht. Ah, vielleicht hängt es auch mit der Stufe zusammen. Ah, hier hinten. Ja, ich glaube nicht. Wo? Nee. Wo ist hier hinten? Wenn ich ja selber spiele, dann dauert das doch nie und du musst so lange. Wo ist nicht hier hinten? Komm her. Ich höre dich. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Nein, du wirst mich nicht töten, du Pisser. Oh, da. Ist das ein Gäser oder ein Guter? Das ist ein Böser. Töte, töte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Asaris, töte ihn. Ja, ich erreiche ihn nicht, solange er von mir wegrennt. Oh, geil. Tor, du Sau. Stirb. Wo ist der andere? Nee, die haben da was gehabt. Oh, hast du mal ein Fleisch oder irgendwas für mich? Oh, shit. Hast du mir die Rüstung jetzt hergestellt? Nein, ich habe keine Ressourcen. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, da sind noch mehr Leute. Oh, oh Gott, das warst du. Ich bin verschrankt. Da sind noch mehr. Nein, keine Scheiße, da sind wirklich noch mehr. Ab in die Häuser. Oh, shit, ich brauche was zu essen. Ich habe keine Energie mehr. Ja, warte, warte, ich droppe dir gerade. Droppe. Droppe. Hier, bitteschön. Wo? Du musst jetzt nicht wirklich sterben. Jetzt renn halt weg, wenn du es nicht packst. Wo ist denn? Hier, in der Tüte? Meine Güte. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Nee, hier ist nichts. Ich habe nichts zum Essen, shit. Alter, alter. Ich habe den gerade in zwei geschnitten. Cool. Ich habe den. Guck mal, ob der was hat. Oder soll ich die angreifen? Muss ich die angreifen? Nee, das ist. Leu. Der hat Holz. Voll geil, oder? Wir gehen jetzt mal da nach hinten, wo die ihr Lager haben, was die da noch so haben. Ja. Oder spawnen da immer wieder neue. Kacken, dreißen Lager aufgebaut, die Säcke. Spawnen da immer neue? Ah, Koko, 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 Hilfe. Äh, Leute? Ja, ist klar, lass mich beruhigen. Ich kann ja nicht wirklich wachen, ich habe ja keine Waffe und noch nichts. Brennen, weil ich... Oh, fuck! Mein Leben ist halt fast am Ende des Problemfahrts. Ich bin tot. Ach, nee. Das kleine Schokomädchen hat mich getötet. Ich kann leider nicht... Oh, nein, nein, nein! Noll! Wow, ist das stark. Warum sind die so stark? Die sind übelst stark. Oh, geil, das Krokodin hat die umgebracht. Ja, cool. Ja, aber... Da hinten ist meine Leiche. Mein Leben muss... Ich bin nackt. Wie Gott mich schuf. Ich muss warten, bis mein Leben regeneriert ist und dann empfohle ich mir das Krokodings... Oh, ich sehe schon, das holt sich dich gerade. Oh, nee, spawnen die immer wieder neu? Bitte nicht. Alles plündern. Ciao, ich bin weg. Oh, Gott. Das Krokodil soll sich die mal schön holen. Oh, die Shit. Oh, jetzt kommt er hier zu uns. Scheiße, ich muss ins Haus. Nein, mach die Tür auf. Wer kommt? Der böse Mensch. Ey, mach mal die Tür auf hier. Mach zu, mach zu. Nein. Jetzt, geil. Scheiße, ich muss mich erst anziehen. Wir sind so mutig. Wer war es eigentlich? Ist das Krokodings, oder was? Nee, da war wieder so ein Mensch. Hä? Ich sehe kein Mensch. Ich sehe nur das Viech da hinten, das seine Wand angreift. Was? Das greift bei der Wand an? Ja. Töte es. Warte, warte, warte ich. Ah, hier, getötet. Oh, oh, hallo, Krokodil. Oh, wo kommst denn du her? Stirb. Immer aufs Braintchen. Und was ist mit dir her? Warum greifst du unser Haus an? Ich glaube, die spawnen immer wieder nach. Ja, geil. Das macht ja Freude. Komm, wir müssen da mal die Leichen ausgammeln hier. Und skrabbeln. Nee, warte ich, wenn wir mit dem Fleisch gerade loswerden. Ih, der hat seinen Kopf zwischen seinen Beinen liegen. Ih, ich hab ein Menschenfleisch im Inventar zum Essen. Ih, der hat ja gar nichts. Geil, Kannibalen. Wir werden zu Kannibalen, Leute. Astaris, hast du das selbe Problem, nur wenn du übelst lange irgendwelche Sachen herstellen musst? Kommt drauf an was? Ganz normale Sachen, egal was. Ja, ich brauch immer ein bisschen länger, ja. Oh nein, Kate, lauf nicht so weit weg, sonst komm ich aus der Zuflucht raus. Und das ist auch unpraktisch. Oh, du bringst die ganzen Besucher wieder mit. Was soll denn der Scheiß hier? Röl, warum ist die Ehe? Boah, ey, bei mir ist das selbe Fehler, ne? Wenn ich hier was herstelle, bei mir würde es auch hier 10.000-mal ehrlich. Ja, ja, eben, das ist ja das. Oh, jetzt bringt ihr die ganzen Besucher mit. Das war ich nicht. Ich komm von der anderen Seite. Nicht, wie du siehst. Ich will nicht schon wieder sterben, ihr Stricher. Herr Lutscher. Oh, das bist du schon nicht. Das bin ich nicht. Oh, das ist dann echt mies, sich da auseinanderzuhalten. Deswegen müssen wir alle die Rüstung tragen und dann dürfte es eigentlich einfacher sein. Oh, ich bin schon wieder aufgestiegen vom Leveljahr. Voll geil. Aber die haben ja gar nichts dabei. Was sind denn das für Leute? Was seid denn hier für Opfer? Rezept lernen. Schmackhaftes Fleisch. Ehh, Menschenfleisch. Drop. Drop. Ich brauch mal einen Schnitzel oder so. Uäh. Schauen wir mal. Ein gültiges Haar glänzt. Ich brauch 400 Holz. Aber er spielt dann alles. Das ganze Zeug hier noch ruhig ist. Es gibt hier 44 verdorbenes Fleisch im Ofen. Oh, geil. Das war gerade eben noch nicht da. Also, vergammelt es quasi auch. Gerade eben war nur eins da. Geil. Holz braucht das Ding mal wieder. Aber ich hab wirklich Angst, das Holz zu schlagen wegen des Menschleins da hinten. Aber waren die schon die ganze Zeit da? Nein. Oh, Gottes, bist du? Jetzt bin ich gerade voll erschrocken. Aber ich glaub, die spawnen immer wieder. Ja, toll. Die müssen einfach stärker werden. Dann hauen wir uns hier oben weg mit einem Schlag. Fatz, mach. Ja. Wir brauchen Rüstung und Schwerter und lauter starke Sachen. Auch Steine. Ich leg noch mal Holz rein, damit es ein bisschen brät. Brati, brati. Was machst du hier, Alpharius? Wir haben ein bisschen was herstellen. Achso, aber dann nimmst du ja die Ressourcen raus, die ich für euch jetzt mühsam gesammelt habe. Eine Reparaturhammer kann ich herstellen. Ja, das stell ich mal her. Dann mach aber auch noch ein paar Schuhe und ein paar Handschuhe für Kate. Ich hab noch gar nicht so viele Punkte. Ach, sagst du, das brauchst du Tierfell oder? Ja, ganz viel. Unglaublich viel Zwirn. Ich brauch auch 20. Jetzt hat er hier mir 20 Schilder reingehauen. Verarschen. Ich hab einfach nur einen hergestellt. Dafür kann ich nicht da rein. Ja, ich kenn das. Die gehen eh nach einem Schlag kaputt, also von daher ist das sehr schnell. Oh, ich kann endlich Handschuhe herstellen. Ich stell gleich zwei her für euch. Und zwei Schuhe. Naja, wenn's funktioniert. So. Aber bei dir läuft das wohl normal, oder was? Nein. Also als du mit Sie es normal herstellen kannst? Hm, hm. Ey, das Ding läuft hier gerade bei keinem wirklich normal. Ja, vielleicht hast du es einfach bloß umgestellt. Vielleicht hast du einfach bloß was Falsches eingestellt, damit es einfach nur... Nein, das war gestern nicht so. Also es war vorher nicht mal so. Vorher nicht. Aber Astares hat ja auch Probleme gehabt, auf den Server zu kommen. Ja, schon, aber das hat ja nichts damit zu tun, damit wir es so verbrauchen, um die Sachen herzustellen. Ich gehe davon aus, vielleicht hast du irgendwas falsch eingestellt. Damit es deswegen jetzt so lange dauert. Aber es ging ja vorher auch schnell. Bei Astares geht's doch auch schnell. Hat das vielleicht was mit der Schlufe zu tun? Ja, das war ja, geht's halt schnell. Geht, also was heißt für dich schnell? Ich mein, weißt du, so ein Workbench, die stellst du auch nicht in fünf Minuten her. Ja, also bei mir auf dem Server, da geht das da eigentlich schon rotzfatz. Dann hast du es vielleicht zu hoch eingestellt. Ne, ich habe das eigentlich alles auf ganz normal. Wann sind die Knochen hier drin? Da können keine Knochen rein, wer war das schon wieder? Und Zwirn gehört ja auch nicht, äh, Pflanzwasser gehört auch nicht rein. Äh, ich hab hier Holz, was soll ich denn da mit? Ja, wirklich Eisen gehört auch nicht rein. Oh, Leute. Das esse ich mal. Ich bin immer noch zu schwer. Ah, Tierfell. Ja. Also ich werde jetzt mal Betten machen. Cool, ich habe jetzt einen Reparaturhammer. Was kann ich denn jetzt mit dem machen? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Drei. Ja. 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 Ah, da sieht man, was kaputt ist. Cool. Aber ist noch alles ganz, ist noch alles heile. Cool, umsonst der Gestalt. Oh Gott, ich habe ein bisschen viel. So. Ha, soll ich dir das nämlich sagen, was ihr nämlich eingestellt habt? Ja. Fertigungsmultiplikator 9,0. Ich glaube, das hat damit zu tun. Oh, mach mach mal so. Ich glaube, das hat nämlich, deswegen dauert es nämlich so ewig lange. Ja. Weil das Ding sich sagt, ja, du möchtest es gerne so lange wie möglich nämlich haben. Fertigungsmultiplikator 9,0. Ich stelle es mal andersrum ein. Auf Gameplay oder auf was? Auf Server-Einstellungen. Und bei was war das? Einstellungen und Server-Einstellungen. Fortschritt, Überleben. Ganz unten ist es, sehr weit unten. Ist bei mir auch 4. Nee. Aber mir ist es auch 4. Überleben. Du musst es für dich selber einstellen. Du musst es für dich selber einstellen. Für dich selber, Alpharius. Das ist für dich selber, was du da einstellst. Das macht nicht die für uns alle. Ich kann es halt umstellen. Ich schon. Ja. Ich kann es nicht. Ja, und ich weiß auch warum, weil du kein Admin bist. Mach mich zum Admin. Admin, drei Passworte eingeben. Warte, ich schicke es dir. Ja, es wäre jetzt ein klug hier. Ich will es dir aber, warte. Ich kann es dir gerade nicht schicken. Ich baue jetzt mal, wenn... Habe ich dich in Facebook? Warte, ich mach mal schnell. Habe ich dich in Facebook? Sicher? Tut mir leid. Okay. Ich mache über Discord, ich sage es, bevor dein Spiel abkackt. Was? Ich mache es über Discord, nicht, dass dein Spiel jetzt abkackt. Ich hätte es eh auch nicht gemacht, aber es ist okay. Mach es ruhig, dann stehe ich nicht 15 Minuten lang still. Alles gemacht. Alter, hier sind ganz viele Schilder. Jetzt nehmen wir alle Schilder hier raus. Und guck mal, welches davon das Richtige ist. Nicht Alpharius, weil er weiß Schilder hat. Kann ich jetzt hier mal das Ding wieder weglegen? Oh, es geht allzu schnell. Voll geil. Hm. So, ich... Aber wie du gesagt, das ist einfach nur falsch eingestellt. Ich muss einfach mal was trinken. Schluck, ich habe mich 30 Zwirn, jetzt geht das hinzufügen. Also das eine der Hörner ist das Richtige. So. Bleu, sind die jetzt alle richtig, oder was? Nein, das ist nur eins richtig. Nein, bei mir sind die alle richtig. Jetzt brauche ich... Nö, sieh mal am... Rüst mal aus. Ja, ich kann alle drei ausrüsten. Bei mir sind da 10 drin, gefühlt. Und die kann ich nicht alle ausrüsten. Ich schon. Kamera wird bereits verwendet. Ja, weil ich da gerade was rein tun muss, um meine Sachen endlich mal zu machen. So, weil ich will immer noch... Also für dich mache ich gerade einen Prostpanzer. Ich will immer noch für Kate Handschuhe und sowas machen. Ja, das macht schon nicht. Dir das jetzt irgendwo gesendet, das Passwort? Ja, Discord. Bitte nicht vorlesen. Ich sehe da nichts. Doch, Mr. Privat. Na endlich. Ah, Privat. Okay. Ich glaube, das hängt vielleicht ja... Ich meinst du mal bitte die anderen Schilder da raus, weil sonst passt es nicht rein. Ja, ich kann ja nicht dran, wenn du da dran bist. Ich bin ja schon mal weg. Das kann immer nur einer machen. Dann kann ich ja in Ruhe noch herstellen. Herstellen, wenn es so schnell geht. Oh, Alter. Oh, er geht es ja schnell. Oh, er geht es schnell. So, und jetzt geht es nämlich schnell. Aber warum ist das jetzt? Das ist ja fast die Herausforderung weg. Ja, das ist ein bisschen flott. Ja, ihr könnt es ja wieder richtig einstellen. Wie schon gesagt, es war auf 9 eingestellt. Bei mir nicht. Aber kriege ich da jetzt trotzdem genauso viel Erfahrungspunkte. Ich glaube, vorher habe ich mehr gekriegt. Naja, das ist ja schon wieder eine ganz andere Kategorie. Das kann durchaus wahr sein, weil... Gucken wir uns doch mal die Einstellung mal an. Ich will das eigentlich ungern in der Aufnahme machen. Aber die ist sowieso schon wieder fertig, weil wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Also momentan hier alles auf mal 4 gerechnet. Ich kriege jetzt fast keine Erfahrungspunkte mehr. Das finde ich jetzt aber okay. Ach, das ist meine Säule jetzt hier. Ja, gut. Ich muss wieder Viecher töten, dann geht es vielleicht wieder. Okay, also dann sind wir wohl wieder am Ende. Richtig. Liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.